Hey Daniel, was machen wir denn hier heute? Wir sind in Aschaffenburg und wir haben hier einen Live-Auftritt in der Katakombe. Ja, und wo sind wir gerade? Im Backstage-Bereich. Hallo. Wie soll das allgemeine Befinden von euch? Geil! Wochenende! Saufe! Ja, so 9 von 10. Hallo und willkommen in Aschaffenburg. Das hier ist der Daniel. So, die Backup-Gitarre ist bei Sachs. Das läuft richtig, ey. Frank, wichtig, links, dann nicht. Und dann vor allem ein bisschen. Okay, warte mal. Geh, 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 geh. Also, Mitte, Video, ne? Ihr seid mit drauf, sag mal, was so witzig ist. Was witzig ist? Einfach die krassesten. Guck mal, wir spielen heute mit denen. Andernoyachi. Life's a nightmare. Ja. Werf mal rüber, die Combro. Wuh! Fuck! Hey Skippy, was machen wir denn hier? Wir sind hier in Aschaffenburg in der Katakombe. Und wir machen heute richtig Fat Party. Ja, und was machen wir gerade? Weil es ist ja schon irgendwie... Also, wenn man so rausguckt, ist ja... Okay, man sieht nur Licht, aber es ist halt dunkel irgendwie, ne? Was machen wir gerade? Was ist so der Tagesplan jetzt noch? Wir hängen jetzt hier ein bisschen ab. In unserem Premium-Backstage-Raum, ja? Ja, ich fühl mich schon sehr Premium hier. Und was machen wir dann? Wann geht's los, was machen wir dann? Was willst du hören? Ja, ähm... Naja, ich möchte hören, was wir hier tun. Wir sind ja nicht freizeitmäßig in Aschaffenburg. Wir spielen heute Abend in der Katakombe. Ah! Um 19.30 Uhr geht's los, ne? Ne, 19 Uhr geht's los, ne? Scheiße. Ja, aber die ersten sind schon, glaub ich, da. 19.30 Uhr geht's los. 19.30 Uhr geht's los. Mit Gierisch. Danach sind wir dran. Und dann kommt... Die Abend knurren Voyage. Die übrigens hier die Gastgeber sind, liebe Leute, ihr seht Fluchtweg ganz wichtig. Der Backstage ist erfahrungsgemäß, wenn einige Bands da sind, ordentlich zugemüllt. Und, ja, äh, schauen wir mal, was der Abend noch so bringt, würde ich sagen. Wir chillen hier im Backstage-Bereich. Wieso hast du eigentlich Steppen... Mit dem Job... Wieso hast du eigentlich Steppen... Ne, ich hab mir einfach einen geholt. Ach so. Ja, mehr, dass wir dann draußen stehen und jetzt mal reinkommen, ne? Willst du... Guter Mann, wie heißt du? Ihr kommt rein, der Niklas kennt euch doch. Nils. Ihr heißt Nils. Will Nils, willst du uns was sagen? Ich will sagen, es ist geil, dass ihr hier seid. Und, äh, das ist ein geiles Konzept. Oh ja. Willst du was sagen? Ja. Kauft uns ein Merch. Jaaaa! Wir haben gerade ein paar Fans gefunden hier. Hi. Stellt euch mal vor. Rego ist heute wohnen? Auch. Ich bin auch der Rego ist heute wohnen. Ach so, okay, okay. Das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Ähm. Worauf freut ihr euch am meisten heute Abend? Ja, auf euch. Hier. Alles klar. Die Grauna kommt hier oben. Und Erich ist hier gerade fertig mit dem Auftritt. Und wie fühlt ihr euch? Es war krass. War heiß. War geil. War geil. War geil. Also Hammer. Aber hier macht jetzt auch noch mal richtigen Platz hier. Ja, das kommt man doch. Richtig doch. Ja. So, kurz vor dem Gig und es werden noch die letzten technischen Störungen behoben. Hoffentlich funktioniert alles. Viel Spaß. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Also Freunde, wir sind hier auf dem Männerklo und wir haben hier übrigens die allergeilste Mütze der Welt. Also Freunde, wir sind hier auf dem Frauenkloon, wir sind hier auf dem Frauenkloon, wir sind hier auf dem Frauenkloon. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I've been in charge, only in life, with single exorption you've been to life. I'll still recover, but I can't complain, because my heart was broken by fixed with my pain. So let's make it stop, it's you that I lied It's true that you tell me, you know that's not right And when we go over, you will understand The power of the blue, top of us is Yeah, let's say that's not my fault Yeah You know, it's a great deal Yeah, it's a great deal It's not my fault Before we get out, we would like to make a game close And that's, come please come over, where is she? I don't see anything, so... Ja, einfach da mit dem Schlagzeug, der sitzt quasi vorne an. Ist das schon an? Ja. Wenn ihr nicht habt, ihr werdet sein wollen. Das ist das Recht, das ist ein Klaus. Wir haben das gepostet! Ja! Alle vor zur Bühne! Wir nehmen uns jetzt um den Gießack. Und ihr nehmt alle die Hände hoch, wenn wir bis drei zählen. Und dann schreit ihr ganz laut. Los! 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 Eins! Zwei! Drei! Noch! 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 Es wird auch nichts gewonnen. Es wird auch nichts gewonnen.